Und somit willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Ja, und wir probieren hier mal wieder ein bisschen zu pfeifen. Schauen wir mal, was hier passiert. Außer, dass es gerade ein bisschen ruckelt. Nichts. So. Aber erstmal plündern wir. Sehr schön, danke. So. Hüpf. Ah, L2. Und... Zwei Messer. Okay. Stopp. Plündern erstmal. Danke. So, weiter geht's voraus. Was, weil... Das Weib reißt dir den Arsch auf, junger Mann. Sehr gut. So, wir gehen nach oben. Und schauen mal. Was euch hier noch so erwartet. Außer der Tod. Plündern. Danke. Die Lokomotive abkoppeln. Schaffen wir. Hoffentlich. So. So, die sind keine Gefahr für uns. Aber die zwei da vorne. So. Dann... Gehen wir nochmal hier lang. Ah, komm. Ich will nach oben. Danke. Und weiter nach vorne. Komm schon. Junge Frau. Lecker. So, erreicht. Und jetzt. Oh. Zurück. Runter. Und abkoppeln. Oh, komm, komm. Drücken. Drücken mit der Klinge. Das beschäftigt mich, während ich in der Burschleiche. Sehr schön. Na, der Ladebalken des Grauens. Crowden Stadium. Eine weitere Frau. Halt mir die Schienen entlang. Du bleibst hier. Pass gut auf. Alles klar. Ich rufe, falls es Ärger gibt. Sehr gut. Erstmal einen Überblick verschaffen. Dann kann nicht vorsichtig genug sein. Wie konnte sich das lösen? Viel zu viele Gegner. Oh, 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 oh. So. Hoffen wir mal. Dass wir hier unbemerkt lang respektive hochkommen. Und hoch da. Es hat mich keiner gesehen. Oder? Nö. Nö. Geh weg. Los. Geh weg. Weg. Komm schon. Verschwinde. Sehr schön. Und jetzt verpassen wir uns erstmal eine Übersicht. Ich brauche noch etwa zwei Wochen mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregeln. Die Okistin. Sie hatten mehr als genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir wartet, wie ein dressierter Hund zu arbeiten. Der Wissenschaftler. Kann ich Sie an Ihre Verpflichtungen gegenüber dem Orden erinnern? Mith Thorn. Reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David. Ich komme morgen wieder. Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule. Denn dann warten die Wölfe. Guten Tag. Auch nicht schlecht. Mir wurde nur ein kleiner Wachsrundgang versprochen, Lawrence. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Und da zieht der Mann einen Verhör. Dann bringt ihn zu mir ins Habor. Eine Schande. Aber nur nicht von der Mission abweichen. Sie ist sehr hübsch. So. Seien Sie ein Assassine. Assassinen Sie ihn stärker, wenn Sie gefährliche Gebiete aus einer erhöhten Position infiltrieren. Setzen Sie das Adlerauge ein, um Schleich- und Attentatsgelegenheiten zu identifizieren. Verstecke und nützliche Objekte werden weiß hervorgerufen. Okay. So. Adlerauge. Den Todessprung. Den setzen wir doch gerne ein. Ach. Hat sich auch geändert? Okay. Nix gut. Nix gut. Wen hast du denn vor der Kimme? Hallo? Kampfsystem. Danke. Stirb. Sehr schön. Gegner mit hängenden Fässern töten. Null von fünf. Okay. Gehen. So. Was? Tragen? Nö. Ich hätte da jetzt gerne, äh, geplündert. Aber das werden wir wohl nicht schaffen. Wie sieht denn das denn mit der Maske aus? Naja, mit Kapuze nicht so schön. Ohne um einiges besser. Komm schon. Schauen wir mal. Zwei. Sehr schön. Noch drei. Okay. Nö. Ich will schleichen. Schleichen ist mein zweiter Vorname. Schläft er? Wow. Aber. Gleich für immer. So. Den plündern wir. Aber ich höre noch etwas anderes. Ein Schatz. Oder ist es ein Zugangspunkt? Eine Kiste. Sehr schön. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, Wurfmesser. 100 Pfund. Sehr schön. So. Okay, da ist kein Eingangspunkt. Hä? Also ich entschuldige mich jetzt schon mal für die, ähm, leichten Problemchen, die es da gerade gibt. Das Flackern ab und zu. Ich glaube, ich muss, äh, die Einstellung von der Capture Card nochmal ein bisschen umbauen. Wie, wir können jetzt nicht mehr mit dem Ding durch den Boden gucken. Da ist einer, okay. Hm. Wo ist nur Bruce, das Laboratorium? Nach allem, was wir wissen, müsste es doch hier sein. Shit, da kommen wir nicht hoch? So. Ein geheimes Laboratorium? Sieh mal an. Vielleicht kann ich doch bei diesem Feuer behilflich sein. So. Mit dem Gefangenen reden. Wer? Komm schon, kleiner Mann. Komm schon. Schlaf schön. So. Sehr schön. Wurfmesser sind voll. Und... Sehr gut. Ist da oben... Einer? Nein. Okay. Kopfschuss. Sehr gut. Plündern. Und wir kommen da rein. Oder auch nicht. Hm. Ah, hier lang. Okay. Sehr schön. Adlerauge. Bringt uns nichts. Na, so weit können wir jetzt nicht um die Ecke gucken. Für beide. Na. Sehr schön. Und dann reden wir mal mit dem Unbekannten. Ah, aufrichtigen Dank. Ich wollte mich gerade selbst befreien, als... Wer hätte es gedacht? Sie mich retteten. Wo ist das geheime Labor? Binden Sie mich los, dann können wir plaudern, Milady. Mir fehlt die Zeit. Sagen Sie es mir. Im Untergrund. Man braucht einen Schlüssel. Eine der Wachen hat meinen, der Lauser. Danke. Äh, und... Das losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Keine Sorge, Milady. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkuszeit in petto. Prima. Na, der ist aber echt gut. Cool. So. Gegner mit hängenden Fässern töten. Okay, das, äh, ja. Aber gibt es hier drinnen noch irgendwas Schönes? Okay. Hier gibt es nichts mehr. Okay. Dann können wir runter. Und dann schauen wir mal. Da kommen wir nicht. Doch, da kommen wir raus. Sehr gut. So, die sind alle unter uns, die Gegner. Das ist gut. So. Dein Tod. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das wird jetzt... Äbizle habisch. Nein. Wirst du bestimmt nicht kleiner. Hm, bestimmt wärmer als deine kleiner. Komm schon. Sehr schön. Finishing. So. Einmal. Zweimal. Und... Dreimal. Okay. Na, schade. Dann schauen wir mal weiter. So. Ist hier noch einer in der Nähe? Schauen wir mal. Nein. Ah, jetzt... Komm schon. Okay. Da müssen wir was stehlen. So. Erst machen wir das so. Komm. Na ja. Gut. Der sieht mich eh nicht, oder? Nö. Idiot. Was? Wer denn? Ich seh nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst... Was? Wie hat denn der mich gesehen? Bitteschön. Das kann's doch nicht sein. Lalalala. So. Gehen wir mal hier hinten. So. Dann gehen wir mal die Wände hoch. Und aufs Dach. Dann haben wir schon mal Ruhe. So. Und wir müssen jetzt den Eingang finden. Das könnte interessant werden. So. Das geheime Lager. Das muss doch hier irgendwo sein. Gut. Das wäre jetzt zu offensichtlich. Vor allem, weil der Eingang steht. Und ich glaube, das hier wird schon gut sein. Oder? Hä? Ach. Da geht's hoch. Okay. So. Das Adlerauge hilft uns. gerade nicht allzu viel. Und doch. So. Sehr schön. Ja. Wir sind drinnen. Aber. Das ist doch im Untergrund. Da habe ich das falsch verstanden. Hier sind keine... Oh. Da sind Fässer. Zuerst bist du dran. Dich würde ich gerne noch plündern davor. Danke. Und dann gehen wir mal nach oben. Komm hoch. Hm. Hm. Supi. Drei von fünf. Da ist noch eine Kiste angezeichnet. Na ja. Die kriegen wir jetzt nicht mehr. Schade. Oder noch nicht. nicht. So. Aber wo ist das? Hm. Hä? Wo ist es? Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Schleichen und weg. Sehr schön. Und wir können uns die Truhe holen. So. Ist hier der Eingang zur Versteckten? Hallo? Ah. Hä? Willst du mich jetzt verarschen, Junge? Mädel, besser gesagt? Um den Eingang aufzuspüren. Das Spiel will mich doch jetzt verkack eiern, oder? Ja, deswegen stirbst du auch. Kleiner Mann. Und damit nicht jeder gleich sieht, dass du tot bist. Wirst du hier ins Eck gelegt. Und kühlen dann. So. Oh, da ist ja auch noch einer. Nö. Du siehst immer aus wie ein Arschloch. So. Wo ist denn? Wo ist der Eingang? Oder bin ich jetzt ganz blöd? Echt? Sagt wer? Dann komm mal her. Komm. Ich krieg dich. Und töte dich. So. Deckungsantat. Sehr schön. So. Und wo ist jetzt der Eingang? Sind wir hier? Hä? Ich verstehe das nicht. Hm. Dann versuchen wir es halt nochmal von oben. Da ist auch ein Eingang. Okay. Hä? Ich setz doch das Adlerauge ein. Mon dieu. Junge Frau. Das ist doch jetzt nicht so schwer, oder? Oder denke ich gerade so kompliziert? Das ist jetzt mal ein bisschen Arschloch. Bin dreimal dran vorbeigelaufen. So. Wir sind im Labor. Sieht jetzt nicht so aus wie ein Labor. Gibt es hier irgendwas? Nein. So. Aber bevor wir ins Labor gehen, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Syndicate. Ciao. Ciao.